Da kann man schon eigentlich anfangen seine Burg zu belagern. Wir haben rechts. Als Parasitati. Hatterpunch! Bereit! Rufi! Erledigt! Jawoll. Ich muss nur aufpassen, dass er hier nicht mehr so viele Steine abbauen kann, weil sonst baut er die Türme immer wieder nach und das es dann irgendwann ätzen soll. Das muss ja nicht sein, wenn man das schon frühzeitig unterbinden kann, seine Steinverkommen einnimmt und ihn da gar nicht als Stein abbauen lässt, dann kann man das ganze ähm relativ schnell ähm... in den schweren Missionen da ist es nicht mehr so einfach. Da muss man schon richtig mit Strategie dann gehen, aber hier ist es alles noch ein bisschen... will jetzt nicht sagen low, aber... man äh... kann ja doch recht schnell überhandeln. Oh, wir haben noch mehr Katapulte. Oh, 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 oh. So gut wie erledigt. Hab ich nicht aufgefahren. Na doch, voll! Eine Nachricht vom Kalifen. Mein Sieg ist nahe. In der Wüste wird Blut fließen, noch ehe der Tag zu Neige geht. Hm, schauen wir mal, wa? Konstruieren Belagerungsgeräte. Oha. Schlemmen wir hier unten beim Verwildenden Bogen. Dann können die die Ochsen die Spanne abschließen. Dann kann er keine Steine in den Bogen bringen. Gebt uns eine Aufgabe. Konstruieren Belagerungsgeräte. Noch kurz zu gucken, ich kann noch ein paar Bette Wein bauen. 2, 2, 4. Hier muss man ja auch nicht so plattsparend bauen, weil man hat ja hier Platz und Mass. Katapult bereit, Milo. Wir sind der größte Herrscher. Wie ist der größte Herrscher? Hallo? Hallo? Ja. Ja. Meine Berittenen Bogenschützen sterben. Weil ich. Zum Hukum? Einige Trägliche außer Lust. Okay. Okay. Na, nur. Oh, zernann. Oder zehn, na? Meine Brüder in den Bogenschutz. Ich darf mir nicht zulassen. Laman, asra. Eine Nachricht vom Kalifen. Na, ihr strapaziert meine Geduld. Ich werde euch zermeinen. So gut wie erledigt. Wir gucken mal inzwischen, was der andere hier oben macht. Er hat natürlich tausende Land-Terminal um ihn geklottet. Er ist einfach dann, dass er fest ist, dass er stürmt. Aber er ist auch noch am nächsten Kapitel. War nichts, ich hätte mal. Zum Rufen. Nennt er bitte. Katapult bereit, Milo. So gut wie erledigt. Eine Nachricht vom Kalifen. Mein Sieg ist nahe. In der Wüste wird Blut fließen. Noch eher der Tag zur Neige geht. Hat doch kein Gold. Wacklich wie ein Kartenhaus. Eine Nachricht vom Kalifen. Was? Ihr wagt es in meine Ländereien einzufallen? Dafür werdet ihr büßen. Aber halt, ich bin die Jungfrau Maria. Eine Nachricht vom Kalifen. Katapult wird bewegt. Na, ihr strabaziert meine Geduld. Ich werde euch zermalmen. So, jetzt können wir schön eingreifen und singeln hier. Und dann können wir den Sturmreif schießen. Seht ihr, wir können noch ein paar Bäcker reinbauen. Gucken wir, ob wir hier noch eine Dreidefarm hinkriegen. Können wir sogar noch eine hin. Da auch noch. So viel brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Ja, das sieht doch recht brauchbar aus. Steinlager haben wir alles, äh, eingenommen hier oben. Die Eisenmine muss auf Eisenerze gebaut werden. Weiß ich doch. Alles zu holen, beleicht, Digga. Wir haben Rekord. So gut wie erledigt. Zum Rokum. Katapult wird bewegt. Katapult bereit, Meilauf. So gut wie erledigt. Wir bemühtigen Steine. So gut wie erledigt. So gut wie erledigt. Ich kann es ja nicht verlecken gehen. Will ich mit Bogen schützen. Was dann? Kann doch nicht warten. Glaube ich ja wohl nicht hier. Schon besser. ein erträglicher naja gut der Antje Kalifi schickt natürlich auch seine Truppen so langsam eine Nachricht vom Kalifen bewegt eure Armeen außer Reichweiter meiner Burgwelle und zwar sofort deswegen hättest du wohl gerne wir schicken ihm jetzt mal schön die Meute in seinem Burgfeed ich wacke ich jetzt ne hübsche Sala 10 Böder und zwar wie haben wir hier und zwar wie haben wir hier 6,5 Stück 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 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 6 5 5 6 6 6 7 7 9 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9